Ich persönlich finde, dass der Morgen die schönste Zeit des Tages ist. Seit kurzem benutze ich die Sonicare Flexcare Platinum von Philips. Sie bietet ein absolutes Reinigungserlebnis. Mit drei Intensitätsstufen und drei unterschiedlichen Einstellungen kann die Zahnbürste ganz auf meine Zahnputzgewohnheiten abgestimmt werden. Ich verwende den Deep Clean Modus sehr oft. Der eignet sich am besten, um den Zahnbelag an schwer erreichbaren Stellen zu entfernen. Der innovative Bürstenkopf passt sich den Konturen meiner Zähne und des Zahnfleisches an und sorgt für eine gründliche Reinigung zwischen den Zähnen und ein gesünderes Zahnfleisch. Und wenn ich zu kräftig bürste, meldet sich der Drucksensor, wodurch sich meine Zahnputztechnik verbessert und meine Zähne und das Zahnfleisch vor allzu starkem Druck geschützt werden. Ich finde es wirklich nicht anstrengend, meine Zähne gründlich zu reinigen. Innovation & You Philips